Ikonen und andere heilige Gegenstände werden von orthodoxen Christen verehrt. Wir räumen ihnen einen besonderen Platz in unserem Leben ein und gehen ehrfürchtig mit ihnen um. Da eine Ikone kein einfacher Alltagsgegenstand ist, muss sie einen besonderes, hervorgehobenen Platz im Raum bekommen. Oft werden Ikonen zu Hause in sogenannten Herrgottswinkeln aufgestellt, also auf einem Eckregal in einer Ecke des Raumes. Man kann sie aber auch auf einer Wand anbringen. Das Wichtigste ist, dass die Ikone sich von allen anderen Gegenständen im Raum abhebt, zum Beispiel etwas höher gelegen ist. Daher wäre es unpassend, eine Ikone in gleicher Reihe mit Bildern und Fotos anzubringen. Genauso wenig sollten Ikonen in Regalien zwischen anderen Gegenständen aufgestellt werden. Eine Ikone ist kein Einrichtungsgegenstand, keine Deko. Traditionell werden Ikonen an der Ostseite eines Raumes angebracht. Das ist jedoch nicht zwingend notwendig. Bei der Positionierung einer Ikone sollte man sich eher fragen, wo werde ich beten? Es macht keinen Sinn, zehn Ikonen im Flur aufzuhängen, wenn man seine Morgen- und Abendgebete im Schlafzimmer spricht. Auch sollten Ikonen nicht zu hoch hängen, denn man sollte diese beim Gebet anschauen können, was nicht so leicht geht, wenn man ständig den Nacken überdrehen muss. Hängt man mehrere Ikonen auf, sollte man in der Mitte immer eine Christusikone positionieren. Die Ikone von Christus sollte entweder genauso groß sein wie die anderen Ikonen oder größer. Denn wir beten in erster Linie zu Gott, dem, der die Heiligen geschaffen hat und durch sie wirkt. Daran sollte die zentrale Stellung der Christusikone erinnern. Bei der Ausmalung von Kirchen schreiben die Kanonen sogar verbindlich vor, dass die größte und hochgelegenste Freske die von Jesus Christus sein muss. Leider treffe ich bei Gläubigen immer wieder auf andere Konstellationen. Ikonen, die im Raum versteckt sind, Ikonen, die im Regal zwischen Schnappgläsern stehen oder das andere Extrem, dutzende Ikonen, die wie auf einer Ikonostase einer Kirche auf einer oder mehreren Wänden verteilt sind oder wirklich als Deko im Raum hängen. Doch das entspricht nicht unserer Tradition. Man sollte aus der Wohnung keine Ikonenausstellung machen. Manchmal werde ich danach gefragt, wie viele und welche Ikonen man haben sollte. Das einfachste Kriterium dabei ist, so viele wie man braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich darf eine Christusikone und eine Gottesmutterikone in keinem Herrgottswinkel fehlen. Die Gottesmutterikone wird dabei links von der Christusikone aufgestellt. Ansonsten hat man freie Wahl. Man kann ein Kreuz aufhängen. Ikonen vom Heiligen Nikolaus, vom Schutzengel und vom Johannes dem Teufel sind auch beliebt. Allerdings sollte man nur die Ikonen aufhängen, vor denen man betet, zu denen man eine Beziehung hat. Das kann der eigene Namenspatron sein. Bei mir wäre das der heilige Metropolit Alexei von Moskau, der Ortsheilige der Stadt, im Krefeld der heilige Dionysius, der Europagit, oder andere Heilige, die man besonders verehrt, zu denen man einen Bezug hat. Heilige, deren Lebensgeschichte einem besonders am Herzen liegen. Heilige, die man bei einer Pilgerfahrt kennengelernt hat oder jene, die einer schwierigen Lebenssituation geholfen haben. Es macht aber wenig Sinn, alle möglichen heiligen Ikonen zu sammeln, nur damit man sie hat. In jedem Fall sollte man die Lebensgeschichte des Heiligen kennen, dessen Ikone man besitzt. Bekommt man eine Ikone geschenkt, kann man sich die Lebensgeschichte durchlesen. Damit der Bezug zu den Heiligen bleibt und die Ikonen nicht einfach nur so rumhängen, bete ich zu jedem Heiligen in meine Ikonenecke nach den Morgengebeten. Das heißt, wenn ich die Gebete am Morgen gelesen habe, bete ich im Anschluss, Heiliger Nikolaus, bete zu Gott für mich. Heilige Barbara, bete zu Gott für mich. Heiliger Johannes von Kronstadt, bete zu Gott für mich. Und so weiter. Und dabei schaue ich jede Ikone an. Eine besondere Situation haben wir mit den Gottesmutter-Ikonen. Eigentlich gibt es ja nur eine Gottesmutter, Maria, die Mutter von Jesus Christus. Meist wird sie mit dem Jesuskind im Arm abgebildet. Allerdings gibt es viele verschiedene Darstellungen von Maria. Wenn man bei otpedia.de nach Gottesmutter-Ikonen sucht, kommt man zu einer Liste mit dutzenden Namen. Da gibt es die Ikone von Kazan, vom Athos, Aktionistin und viele weitere. Die Namen der Ikonen beziehen sich entweder auf die Darstellungsform von Maria oder auf den Ort, wo sich diese Ikone befindet. All das hat seine Geschichte und seine Legitimität. Jedoch sollte man sich immer daran erinnern, dass es nur eine Gottesmutter gibt und nicht eine Gottesmutter von Kursk und eine andere Gottesmutter von Jerusalem. Das sollte man auch bei der Zusammenstellung der Ikonenecke bedenken. Ich bin der Meinung, dass in einer Ikonenecke sich immer nur eine Ikone von Christus und eine Ikone von der Gottesmutter befinden sollte. Für das Gebet ist das vollkommen ausreichend. Hat man mehrere verschiedene Ikonen der Gottesmutter, kann man diese in der Wohnung verteilen. Eine im Wohnzimmer, eine im Esszimmer, eine im Schlafzimmer. Ist aber in jedem Raum der Wohnung schon eine Ikone der Gottesmutter präsent, sollte man die restlichen verschenken. Gleiches gilt für Christusikonen und Ikonen von Heiligen. Eine Darstellung pro Raum reicht vollkommen aus. Kurz kann man noch erwähnen, dass alle Darstellungen von Gott Vater, zum Beispiel als eines alten Greises, nicht kanonisch sind. Neben Ikonen kann in der Ikonenecke eine Öllampe oder eine Kerze stehen. Hierbei sollte man aber immer auf den Brandschutz achten. Auch wenn eine Kerze vor einer Ikone steht, ist es kein Grund, unachtsam mit Feuer umzugehen. Das Öl in der Öllampe sollte Olivenöl sein. Olivenöl ist ein natürlicher Brennstoff und nicht schädlich für die Gesundheit. Verschiedene Lampenöle, die auf dem Markt zu finden sind, wurden meistens aus Erdöl hergestellt und sind für den Gebrauch im Freien gedacht. Außerdem habe ich schon oft erlebt, dass sich Lampen mit Lampenöl entzündet haben. Das passiert mit Olivenöl nicht so schnell. Kerzen sollten im Kerzenständer aus Metall oder Keramik aufgestellt werden. Ein Kerzenständer aus Holz kann sich entzünden, wenn die Kerze runterbrennt. Außerdem sollte man Kerzen verwenden, die in der Kirche für den Gebrauch im Gebet geweiht wurden. Kauft man eine Kerze in der Kirche, ist diese schon gesegnet. Hat man aber Kerzen außerhalb gekauft, können diese vom Priester gesegnet werden. Manchmal wird von Gläubigen zu Hause Weihrauch verwendet. Das ist zwar nicht allgemein üblich, darf aber auf Wunsch praktiziert werden. Den Weihrauch kann man entweder auf einem Stück Kohle oder auf einem speziellen Gestell auf der Öllampe glühen lassen. Wenn im katholischen Alltag in Deutschland heilige Gegenstände meistens durch Verbeugung und Gebet verehrt werden, lassen sich Orthodoxe nicht davon abbringen, alle Heiligtümer zu küssen. Dazu bekreuzigt man sich zweimal, küsst den Gegenstand und bekreuzigt sich ein drittes Mal davor. Während der großen Fastenzeit und vor besonders wichtigen Reliquien, zum Beispiel vor einem Splitter des Heiligen Kreuzes oder vor dem Reliquienschrein eines Heiligen, macht man bei jeder Bekreuzigung eine große Methanie, also eine Verbeugung bis auf den Boden. Ansonsten reicht es, eine kleine Verbeugung zu machen. Meistens werden Ikonen auf diese Weise jedoch nur in der Kirche verehrt. Ikonen im Herrgottswinkel zu Hause küsst man normalerweise nicht.